Ja, ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, wo wir hin müssen. Verdammte Scheiß. Ja, ich habe hinter der Nacht geguckt, weil ich hatte keinen Bock, hier ewig zu lang zu herumgucken. Gut, hier sind wir falsch. Also ich habe nicht genau gesehen, wo, was, wann, wie, was ist. Ich weiß nur, wo es richtig ist. Also im Wasser stimmt schon mal. Also Elefant stimmt halt nicht, okay? Aber Wasser stimmt. Das heißt, müssen wir erstmal nochmal zurück. So. Also, ey, ungefähr vom Elefanten hin. Und dann muss ich auf den Boden schauen. Genau hier. Aha. Tatsache. Da. Da kann man runter. Ja. Und da kann man schwimmen. Und tauchen, wie gesagt. Alles klar. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Den Weg habe ich ja nicht gefunden. So. Kannst du eigentlich unendlich Luft holen auch? Alter. So, so. Da gehst du irgendwann mal drauf zum Aufsteigen. Okay. Gut, war's das? Hab ich's? Okay, passt. Gut, okay. Okay. Ach, hast du nicht in meine Tasche? Das ist eigentlich besser gewesen, äh, besser ein Fisch, oder? Mein nur als jetzt hier so ein Vogel, aber damit war. Aber gut. So. Heppa. Sag dich hier schon irgendwas herum dabei ist, ist nur das ist das komische Blatt. Okay, passt. Das war's. So. Ich hab was kleines gefunden. Klasse. So, wie viel haben wir noch? Eines noch, oder? Genau. Gut. Dann machen wir das eine noch und dann machen wir diese Axt und dann haben wir das auch wieder. Also geradeaus ein bisschen nach links und dann irgendwie, irgendwie. Also hier rauf eher, oder wird. Könnte sein, maybe, ich weiß es nicht. Könnte hinkommen, muss ich halt nur hier rumfahren. Und dann hier weiter. Ja, das sieht gut aus. Äh. Ja. Dann hier weiter. Und dann haben wir bald. Andere müssen wir eigentlich noch zurück zu dem Hauptding eigentlich auch noch, dass wir den Armgreif bekommen. Also einfach, die Kacke sammeln, bringt mir auch sehr viel. Äh. Na egal. So, hier. Auch keine, ich will immer sagen, Schorlein, keine Rebellen. Ne, ist sie gut. Da waren wir doch schon, hä? Das sieht einfach nur, das sieht einfach nur komplett gleich aus. Aha. Aber Glockens sind keine hier. Also schießen muss ich jetzt nicht. Also das gleiche Rätsel ist es nicht. Okay. So, kannst du hier was gucken? Also dann. So, ist das ja auch wieder verbunden mit dem anderen, oder? Wow, ich bekomme auf diesem Trip richtig viel Hornhaut. Das wollte ich jetzt auch wissen. Aha. Okay, Rätsel. Gut, was ist denn bei einem anderen Ding? Tja, nimo! Oh Gott! Boah. So, was haben wir hier? Hier, mein Schätzelein. Aha. Also hat sich doch ausgezahlt hier zum Gen. Hier auch zum Gen, meine ich. Sehr gut. Passt. Hoch, hoch, hoch. Und irgendein Rätsel, irgendein Puzzlescheiß. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Bitte was? Okay. Das ähnelt dem Verriegelungsmechanismus von vorhin. Ist nur etwas komplizierter. Ja, super. Äh. Jede Scheibe lässt sich einzig drehen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Was ist denn das? Ist das der Arscher oder was ist das? Ah, das unterste ist jetzt nicht drin. Okay, okay, okay. Circa? Fehlt ja doch ein riesiges Stück an, da bin ich jetzt besoffen. Da, da bringt sich gar nichts. Vielleicht muss ich das, warte mal. Wenn ich jetzt so ein bisschen mehr verschiebe. Nee. So. Ja, warte, das passiert ja, aber nicht mehr. Ja, geh, mach ein, komm mal. Verdammte Scheiße. Der hat doch keinen Schwanz. Der hängt ja komplett hier weg. Einfach so. Äh. Nee, das ist falsch. Das muss so sein. Eigentlich so stimmt's ja. Nur weiß ich nicht, was das Ding noch mal von mir will. Oder wie, wie sehr wussten. und das Pferd wohin schauen. Hä. Ich hab keine Ahnung. Muss das auch schon, oder was? Was dann ergibt das? Das ist doch bescheuert. Okay, warte. Ab wann passt... Der Sattel endlich mal zum Körper, ey. So? Circa? Ich wäre doch bescheuert. Auch nicht. Ich würde ganz gerne Internet schauen, weil... ...ne ganzen Part... ...für das eine Rätsel... ...verkackt. Eine hätte ja auch... ...beschissen hoch. Eine Milliarde. Ich mach einfach noch mal so. Ich mach einfach noch mal so. Weil das Innere kann man ja nicht drehen. Das ist ganz Innere. Das ist ja bescheuert. Das passt doch zusammen, diese Kacke. Ich schau mich da nicht, leck mich. Leck mich. So, mach mal Ton aus, aber das... ...das kotzt du sonst an. So. Wo ist dieses Scheiß mit dem Pferd? Pferd, Pferd... ...da. Wie muss das aussehen? Ja, mach. Hä? Der macht es ja komplett... Bitte, was? Wie macht der Typ? What the fuck? Äh... Muss ich in den Kreis zurück? Was hilft mir das jetzt? Hä? Zu dir komme ich später. Hä? Das wäre mir jetzt noch mehr als vorher. Okay, äh, 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 äh... Warte mal. Ich hab so einen kleinen Gedanken, aber das ist sicher irgendwie komplett irgendwie. Aber ich suche es einfach mal. Das sieht schon besser aus. Echt jetzt? Ich denke, dass ihr komplett bescheuert, dass wir sie hier machen. Das heißt, es ist echt beschissen. Das kann ich euch sagen. Wenn ich alles, weil ich auch nicht genau war, wird die der Brink, wenn ich das jetzt hier mache. So, das ist ja geil, jetzt so. Hä? Hä? Holy shit, bin ich verwirrt. Ja. Soll ich das nehmen? Danke. Äh... Nein! Oh mein Gott! Dann... Das... Mal zurück. Das ist zurück, nehme ich... Ich schwöre bei Gott, ich kriege einen Anfall. Das ist doch der Ding nehmen. Das kleinste... Warte mal. WTF? Wie schwer ist das? Das kleinste Ding muss wahrscheinlich andererseits sein. Aber nur wie. Holy fuck ist das schwer. Oh, okay. ich habe echt keinen plan ob das 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 stimmt so nicht weil irgendwie wird verpeilt das ist mir schon gut okay aber es geht jetzt nicht weil kein platz mehr ist ja ich habe drückt sorry so ja eben wo ist diese scheiße eigentlich jetzt wo ich das geholt habe ja tolle wurst ja zuerst hat wie sag ich das kleinste ding hier erstes hier einholzen bitte kommen wir damit sagen könnte irgendwie neu machen die scheiße näher wird nicht so super ich habe kein plan wo der klub und ist ok ok dann mal los ja passt schon warte ist es ein zeichen wie die kacke aus ist aber das auf dem pferd ist ich weiß ich weiß es nicht also hier das sieht irgendwie gleich aus wie vorher das ding ist gleich wie vorher ja